Hallihallo Löhle, zurück zu World of Warcraft. Weiter geht's. Immer weiter Quests machen, abgeben. Da ist auch noch eins links. Ach, da unten war ich da gar nicht. Hab ich da nichts für gehabt. Muss ich mal hinfliegen. Da sind bestimmt auch noch ein paar Quests. So, erstmal jetzt eben hier. Achso. Du hättest gerade Mammut vernichtet. Okay, wo ist der Billy wieder? Achso, die Sport entfernt. Ist ja gleich um die Ecke. Hm, 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 hm. Boah, steig ab. Hä? Hö, sie ist ja stark. Achso. 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 Vom Schurker war ich zu Anfang nicht so ganz überzeugt. Aber jetzt mittlerweile... Es läuft. Läuft ziemlich gut. Komm her. Achso. 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 Jetzt habe ich ihn. Er ist oben, da oben drin. ich freue mich zu sehen mein gott den bericht der wahnsinn Arbeit abgeschlossen. Hier haben wir den oder der. Geflug, rekursive Transmaterieinjektion auf 6. Mischung. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Oh, du auch noch. Hi, wie geht's? Mir geht's gut und hier? Ach, mir geht's auch sehr gut, mir auch, danke. Welch freut euch zu sehen. Ja, dich auch. Wackelspross, Fifi Wackelspross, komischer Name. So, jetzt habe ich erst hier unten mal was abgeben. So, jetzt mal vergesse, ob ich fünf Kilometer umweg fliegen muss. Gehen wir die erst mal ab, die noch offen sind. So, jetzt... ... 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 Lila ist geiler. Schön. 17 Krits mehr drauf. Wo ist denn da? In die Richtung muss ich sowieso. Fliegen geht es schneller? Ne laufen geht es schneller. Ne fliegen. Fliegen ist schneller. Ist der das? Ne. Wo ist der? Ist der das? Da ist er ja. Tag. Post. Wunschkolle. Mein Gott. Der hält was aus. 11.000 AP ist nicht wenig oder? Seh ich gerade so. Ja noch mehr. Ja. Das war knapp. Aber geschafft. Erstmal eben. Äh Moment. Ich stehe bestimmt wieder ab. Wird noch nicht. Okay. Na komm mir niemals da ab. Sagt sich hier. Ich komm mir vor wie bei Top Gun. Hm. Hallo. Ring. Oh. Oh 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 oh. Jo. Schön. Und aufgewertet. Auf episch. Noch besser. Das und das. Nein. Eh nicht. So. Äh. Du gehst raus. Du gehst rein. Zack. Jetzt haben wir da wieder. Stärke ist hier jetzt im Team. Jo. Gut. Ich gebrochen. Aber lasse ich jetzt. Oh. 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 So. Ich geh mal dahin. So. Jetzt geh mal dahin. Zum Cruise kann man da. Der kann mal auch eins fliegen. Hm. 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 Ach hier bin ich jetzt. Ah so. Okay. Okay. Ja. So. Einmal abgeben. Das Licht sei mit euch. Ja. Mit dir auch. Seid vorsichtig. Ehre dem König, Freund. So. Das haben wir auch. Jetzt machen wir hier erstmal weiter. Hier sind auch ein paar Quests. Machen wir jetzt die Messung eines Spaltcliff Anomalie. Die Westklang. Mhm. Da ist sie ja. Einmal messen. Mess, 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 mess. Fertig. Jetzt den Arkan Gefangenen befreien. Wie war das nochmal genau? Genau. Mh 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 mh. Mh mh mh. Bla bla bla. Mh mh mh. Ah so, okay. Ah, okay, also doch. So, wie ich mir dachte. Dann machen wir das doch eben. Da haben wir ihn schon. Ach, ging aber schnell. Oh, was ist das denn? Aber keinem ist gefallen. Ey, was soll das? Jetzt mach auf da. Das ist ein bisschen hin und her Fliegerei, aber was soll er machen? Kobold mitnehmen. Ach, Mann. Da, 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 da. Ach, Bergbau von Nordend, das muss ich ja auf 25 haben. Ah, okay. Habe ich schon mal auf 2 jetzt. Bergbau von Nordend. Kann man auch irgendwann rein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also alles in Kobold finden, lässt man abbauen. Grüße. Siehe den Ehrenfreund. Was kann ich für euch tun? Das Licht segnet euch. Beryl Zauberer gefangen. Achso, ja, okay. Messung der Kluftanomalie. Ähm, Mensch. Machen wir erst die Kluftanomalie. Da ist sie schon. Ja, geht tief runter. Ah, was? 30 Minuten. Deswegen. Kann ich schon? Nein. Hm. Noch ein bisschen tiefer. Äh, ja. Äh, äh. Ich hab genug. Ja, apropos tiefer. Die haben wir Final Fantasy 7 Remake um gute 5 Wochen hinten verlegt. Auf den 10. Auf den 10. Leider. Aber wir wollen das Spiel noch perfekter machen. Hm. Oh Gott. Hoffentlich schieben sie es nicht noch einmal. Da bin ich richtig gespannt drauf, wie das ist. Das Remake. Wird ich natürlich schon auch in der Forza Let's Playing. 7 auf der PS1 kenne ich ja ohne Ende. Hab ich mehrmals üblich gespielt. Mehrmals. Auch mit Golden Schokobo. Und hat man nicht gesehen. Für die Allianz. Einfach mal sehen. Was ihr so gesehen habt in den Trailern ist ja auf alle Fälle geil. Richtig geil. Mann, 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 Mann. Gegenüber der PS1 Version? Kein Vergleich. Nee, ist ein Zauberer. Hallo. Da sehe ich doch einen. Hallo. Hallo. Der ist Schwächen, ne? Da haben wir ihn. So. Hier konnte man... Nee, hier nicht. Irgendwo konnte man hier rauf. Wo ist der Weg? Hier ist er. Die Fackeln weisen immer den Weg. Arbeit abgeschlossen. So. Dann gehen wir noch eben ab. Da habt ihr... Da hast du deinen Barrelzauberer. Braucht ihr Hilfe? Nein. Braucht ihr Hilfe? Ziehe den Ehrenfreund. So. Jetzt machen wir aber Schluss für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von BWB, wenn ihr wollt. Bis dahin, schön mit Öl.